audio atlas der podcast der atlas initiative helden der freiheit heute ludwig von mieses dieser text ist in anlehnung an die aufzeichnungen des mieses institute who was ludwig von mieses von jörg guido hülsmann entstanden ludwig von mieses gilt zweifellos als einer der größten intellektuellen des 20 jahrhunderts er war ein österreichisch amerikanischer wirtschaftswissenschaftler und theoretiker des klassischen liberalismus und libertarismus und einer der wichtigsten vertreter der österreichischen schule der nationalökonomie im 20 jahrhundert es gibt kaum ein wirtschaftliches thema auf das der philosoph in seinen publikationen nicht eingegangen ist das faszinierende daran ist dass seine gedankengänge immer noch brandaktuell sind und seine denkanstöße wie zum thema mindestlohn erschreckend visionär ludwig von mieses wurde 1881 in lemberg österreich ungarn heute live ukraine als sohn von arthur von mieses einem eisenbahn ingenieur und beamten und adele von mieses geboren von mieses war noch ein kleiner junge als seine familie nach wien zog im jahr 1892 trat er in das akademische gymnasium ein wo er eine humanistische ausbildung erhielt und sich nach der matura im jahr 1900 für ein studium an der fakultät für rechts und staatswissenschaften der universität wien einschrieb nach seiner promotion begann er eine karriere als beamter in der österreichischen finanzverwaltung die er jedoch nach einigen monaten aus abscheu vor der bürokratie aufgab er arbeitete anschließend in einer wiener anwaltskanzlei und begann vorlesungen über wirtschaftswissenschaften zu halten anfang 1909 trat er in die wiener industrie und handelskammer ein wo er die nächsten 25 jahre tätig war die kammer war zu dieser zeit eine halbstaatliche organisation und übte durch ihre publikationen einen erheblichen einfluss auf die österreichische politik aus parallel zu seinen monetär entlohnten aktivitäten verfolgte von mieses ehrgeizige wissenschaftliche interessen und schrieb eine abhandlung über geld und bankwesen in seiner theorie des geldes und der umlaufmittel 1912 leistete er zwei bleibende beiträge zur wirtschaftswissenschaft er zeigte wie mengers werttheorie auf geld anwendbar ist und stellte eine neue konjunktur theorie vor wonach wirtschaftskrisen als folge von inflationsbedingten fehlallokationen von ressourcen einzuordnen sind er zeigte auch dass geld unmöglich neutral sein kann und dass eine erhöhung der geldmenge immer umverteilungseffekte hat die ideen von ludwig von mieses bezüglich institutioneller regelungen und geldpolitischer maßnahmen haben auch im beginnenden 21 jahrhundert nichts an aktualität eingebüßt während des ersten weltkrieges diente von mieses als frontoffizier in der österreichisch ungarischen artillerie und fungierte zugleich als wirtschaftsberater des kriegsministeriums er sammelte aus erster hand erfahrungen mit den realitäten des kriegssozialismus die er später in seiner theorie des sozialismus und der dynamik des interventionismus verarbeiten sollte im letzten kriegsjahr erhielt er eine prestigeträchtige aber unbezahlte ernennung zum professor extraordinarius an der universität von wien nach dem krieg wurde von mieses für kurze zeit außerordentliches mitglied der neuen republikanischen regierung von deutschösterreich diesen namen trug der österreichische staat bis september 1919 von mieses war die autorität in finanz fragen die die außenpolitik betrafen seine wichtigste praktische leistung in dieser zeit bestand jedoch darin den sozialisten führer otto bauer einen ehemaligen freund und studienkollegen davon zu überzeugen keinen bolschewistischen putsch versuch zu unternehmen er veröffentlichte auch ein buch in dem er den zusammenbruch des multikulturellen österreich ungarns erklärte in seinem werk nation staat und wirtschaft vertrat er die ansicht dass der deutsche imperialismus aus der anwendung der staatsgewalt zur lösung der probleme der multikulturellen gemeinschaften in den östlichen provinzen deutschlands und österreichs entstanden war dieses buch ist fast zeitgleich mit john maynard kings berühmten klassiker die economic consequences of peace erschienen in seiner analytischen darstellung der historischen und politischen entwicklungen europas ist mieses buch diesem jedoch deutlich überlegen und gerade heute wieder von höchster aktualität neben der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen analyse und der historischen erklärung so kontroverser begriffe wie nation kultur oder migration zeigte mieses hier bereits das versagen sozialistischer planwirtschaften auf im herbst 1919 schrieb von mieses seinen berühmtesten aufsatz über die wirtschaftliche berechnung im sozialistischen gemeinwesen er argumentierte dass einer sozialistischen führung das wesentliche instrument für die rationale allokation von ressourcen fehle das sogenannte ökonomische kalkül und dass es nur die geldpreise einer kapitalistischen wirtschaft ermöglichen alternative investitionsprojekte anhand einer gemeinsamen bewertungseinheit zu vergleichen zwei jahre später veröffentlichte er eine abhandlung über den sozialismus die gemeinwirtschaft 1922 die einen entscheidenden einfluss auf eine ganze generation aufstrebender intellektueller köpfe hatte männer wie friedrich august von hayek und wilhelm röpke die nach dem zweiten weltkrieg die entstehende neoliberale bewegung anführen sollten in den frühen 1920er jahren bekämpfte von mieses erfolgreich die inflation in österreich und hatte einen entscheidenden einfluss auf die währungs- und finanzreform von 1922 er konnte jedoch die stetige zunahme staatlicher regulierungen und die verschlechterung der österreichischen staatsfinanzen nicht verhindern mieses entwickelte eine völlig neue theorie des interventionismus die zeigt dass staatliche eingriffe per se kontraproduktiv sind dies schloss praktisch alle varianten der politik des sogenannten dritten weges aus und ließ den laissez faire kapitalismus als einzige sinnvolle option auf der politischen agenda übrig 1927 veröffentlichte er eine prägnante darstellung seiner utilitaristischen politischen philosophie im buch liberalismus mieses erklärt nicht nur dass der liberalismus den materiellen wohlstand der menschen gerade im vergleich mit anderen wirtschafts- und gesellschaftsordnungen bestmöglich befördert sondern auch dass der liberalismus ein friedensprogramm ist das erklärt er wie folgt die menschen begeben sich wenn es ihnen offen steht in eine arbeitsteilung arbeitsteilung erhöht die ergiebigkeit der arbeit den materiellen wohlstand für alle beteiligten folglich erkennen arbeitsteilig organisierte personen sich als gegenseitig nützlich und dienlich in der bewältigung ihrer jeweils eigenen herausforderungen die liberale welt ist daher friedvoll in ihr gibt es keine kriege in den späten 1920er jahren begann ludwig von mieses mit der veröffentlichung von arbeiten über den erkenntnis theoretischen charakter der wirtschaftswissenschaften von mieses vertrat die auffassung dass die wirtschaftswissenschaft nicht durch die analyse beobachtbarer daten verifiziert oder widerlegt werden könne die wirtschaftswissenschaft sei eine apriorische wissenschaft wie mathematik logik oder geometrie außerdem sei die wirtschaftswissenschaft nur ein teil einer größeren sozialwissenschaft die er später praxeologie nennen sollte die logik des menschlichen handelns von mieses fand schließlich die zeit die verschiedenen stränge seiner arbeit in einer praxeologischen abhandlung zusammenzufassen als er 1934 auf einen lehrstuhl für internationale wirtschaftsbeziehungen am graduate institute for international studies in genf berufen wurde diesen lehrstuhl hatte er bis 1940 inne demselben jahr in dem seine abhandlung unter dem titel national ökonomie theorie des handelns und wirtschaftens veröffentlicht wurde im juli 1940 verließ von mieses genf um der gefangennahme durch die deutschen truppen oder der auslieferung durch die schweizer regierung zu entgehen er zog nach new york city und begann ein neues leben 1946 erhielt er die us-amerikanische staatsbürgerschaft von mieses fand zunächst eine anstellung beim national bureau of economic research arbeitete dann als berater für die national association of manufacturers und wurde schließlich 1945 gastprofessor an der new york university er sollte die nächsten 24 jahre an der nyu zu gast sein in den usa wurde er zum spiritus rektor der wiederauflebenden libertären bewegung der er eine deutliche note der österreichischen schule verlieh enge verbindungen zur foundation for economic education dem william volker fund und der earhart foundation gaben ihm den nötigen organisatorischen und finanziellen rückhalt von mieses einfluss erreichte in den jahren nach der veröffentlichung der englischen fassung seiner praxeologischen abhandlung mit dem titel human action 1949 einen höhepunkt in den 1950er jahren brachte sein seminar an der nyu viele wichtige intellektuelle persönlichkeiten des libertarismus der nachkriegszeit hervor wie mary rothbard hans senholz george reismann ralph reiko leonard liggio und israel kürzner in den 1960er jahren nahmen von mieses vitalität und produktivität erheblich ab er lehrte bis 1969 an der nyu und starb 1973 in new york city fast vier jahrzehnte lang war er der unangefochtene dekan der österreichischen schule der nationalökonomie gewesen sein vermächtnis als sozialphilosoph inspirierte eine blühende bewegung hat ihnen diese folge gefallen dann teilen sie diese episode von audio atlas in den sozialen netzwerken und hinterlassen sie eine bewertung auf apple podcasts um keine folge zu verpassen abonnieren sie audio atlas überall dort wo es podcasts gibt bleiben sie uns gewogen und werden sie mitglied der atlas initiative unter www.atlas-initiative.de